Was denn kein Keks? Keine Kekse? Warum keine Kekse? Ich will Kekse. Kekse sag ich, Kekse sag ich, Kekse. Ich will Kek... was? Oh. Was hast du gesagt? Hast du Kekse? Gib mir Kekse. Du fragst aber nicht sehr höflich. Nein, gib mir Kekse. Einen Augenblick. Oh, jetzt gibt's Kekse. Oh, komm her Keks. Oh. Dies ist kein Keks. Was ist ein Buch? Ich will kein Buch. Wenn du einen Keks willst, dann sag bitte. Kekse. Sag bitte und du kriegst einen Keks. Buch sieht auch lecker aus. Moment mal. Moment mal, ist das Buch nicht auf. Hör zu, wenn du es nicht aufisst, kriegst du so viele Kekse wie du willst. Einverstanden. Augenblick. Ich will Kekse. Ich will Kekse. Gib mir Kekse. Danke. Oh, Kek, Kek, Kekse. Kekse. Lecker. Kekse. Hier ist dein Buch. Du hast es ja gar nicht gegessen. Was hast du denn gedacht? Nicht mal eine Seite fehlt. Wer isst denn Bücher? Ich ess. Kekse. 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 Bitt. Du hast dich. Ich minuten... Ven. Wie kaufen Siefle in dieandom Abagincen. Vielen Dank.